hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute am 28 august 2019 mit dem video engelbotschaft für dich die engel sagen dir heute heile deine gefühle des bedauerns und der reue jegliche gefühle der reue die du über dich selbst oder deine vergangenheit hast können geheilt werden um deine energie deine stimmung und eine sichtweise aufzuhellen heute wollen wir dir helfen die schwere last von schuld scham und reue zu beseitigen als erstes musst du wissen dass es dir unmöglich ist gottes vollkommenheit zu beeinträchtigen die liebe die überall existiert ist beständig und unantastbar niemand kann die ewige liebe gottes behindern die alle menschen und alle dinge beseelt das einzige was heilung braucht ist die illusion dass du diesem planeten irgendetwas anderes als liebe bringen könntest denn liebe ist das was du in wirklichkeit bist solange du schmerzhafte gefühle der reue in deine seele oder deinem herzen mit dir herum trägst erzeugst du dadurch ein falsches verständnis von schmerz für dich selbst und die menschen in deiner umgebung schalte heute diesen funken eindruck von schuld und scham aus und kehre zu dem licht der erkenntnis deine spirituellen wahrheit und einem göttlichen ursprung zurück dies ist wahre vergebung zuerst dir selbst gegenüber und dann gegenüber allen anderen ein gedanke für dich für den heutigen tag sprich es laut nach ich lasse alle illusionen von schmerz oder leidlos ich bin für alle zeiten gottes unschuldiges kind und ich vergebe mir jetzt für alles was ich glaube getan oder nicht getan zu haben mein herz und meine seele sind von frieden ich sende dir ganz viel licht und liebe und frieden aus meinem herzen heraus und sage bis bald namaste deine valeria